Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Interview auf diesem Kanal mit einem großartigen Gesprächsgast. Heute machen wir die Trilogie voll. Was bei der Pate geklappt hat, könnte ja hier auch zum Erfolg werden. 2017 haben wir uns einmal in echt getroffen und vor zwei Jahren haben wir über sein Buch Influencer gesprochen und heute begrüße ich erneut bei mir Wolfgang M. Schmidt. Hallo Wolfgang. Hallo Thomas. Schön, dass du wieder hier bist und wir haben einen ganz aktuellen Anlass dazu. Du hast es wieder getan. Du hast ein Buch veröffentlicht. Aus dem Verlag Seidelmann & Company gibt es schlanke 720 Seiten, die betitelt sind wie dein YouTube-Kanal, nämlich die Filmanalyse Kino anders gedacht. Wenn du jetzt jemandem erklären würdest, worum geht es in diesem Buch? Dem müsste ich zunächst sagen, dass ich seit 2011 die Filmanalyse auf YouTube mache und dass dort einige Analysen zusammengekommen sind und der Verleger Marco Seidelmann auf die Idee kam, ein Best-of-Filmanalyse herauszugeben, also die verschriftlichten Filmanalysen und diese dann auch sortiert nach zum Beispiel den alten Meistern aus Hollywood, dem neuen Kino aus Hollywood oder dem deutschen Film. Und hinzu kommt, dass es Fotos von mir gibt, die die Kapitel unterteilen. Die wurden geschossen in Düsseldorfer Kinos und im Filmmuseum und es gibt ein sehr ausführliches Gespräch mit mir über meinen Blick auf Filme, über die Filmanalyse, wie das entstanden ist, warum ich das so mache, wie ich es mache. Und es gibt, das ist etwas, was mich besonders freut, ein Vorwort von dem Regisseur Dominik Graf, der unglaublich viel zu tun hat und sich aber trotzdem wohl vom Verleger überreden ließ, das zu machen oder nicht überreden ließ. Er machte es gerne und ich wusste nur, dass er die Filmanalyse sich ansieht und hatte aber ja nur so ganz leise gewagt zu hoffen, dass er ein Vorwort schreibt und das hat er dann geliefert. Da bist du auch schon bei dem, wo ich zunächst hin möchte. Allerdings habe ich einen bestimmten Punkt und da komme ich jetzt nur über einen kleinen Umweg ran. Und zwar, es gibt einen Film von 1994 namens Reality Bites. Da geht Vanona Ryder zu einem Vorstellungsgespräch und wird gefragt, wie definieren sie Ironie? Und sie weiß keine Antwort. Das erzählt sie dann später Ethan Hawkey. Der sagt, Ironie ist der Gegensatz zwischen wörtlicher Bedeutung und wirklicher Bedeutung. Die Frage gebe ich aber jetzt mal kurz an dich, hat auch einen Grund. Wie würdest du Ironie definieren? Es ist nicht so einfach, Ironie zu definieren. Es gibt dieses berühmte Buch über die Ironie von dem amerikanischen Philosophen Richard Rorty, das ich sehr empfehlen kann, das auch heute nochmal hinzuzunehmen, wo wir gerade so einen heiligen Ernst in allem haben, was wir tun, vor allem in der Politik. Und Rorty sagt, dass wir, wenn wir Ironiker sind, eigentlich eine andere Haltung zum Leben haben, insofern, als wir sagen, ja, mit diesen Dogmen ist das so eine Sache. Ich habe das auch schon gehört, es gibt solche und solche Dogmen. Ich kenne mich aus in der Geschichte. Ich weiß, dass du mir gerade mit deinem Dogma gegenüberstehst und mach das ruhig mal, aber es ist auch nicht so schlimm, wenn morgen was anderes ist. Das heißt, das ist eher eine Gelassenheit, die ein bisschen die so absolut gesetzten Standpunkte relativiert, was aber nicht dazu führen muss, dass alles einerlei ist und alles vollkommen egal. Also das wurde auch immer ein bisschen falsch verstanden von der Postmoderne. Und dann meint Ironie bei dieser Haltung natürlich auch, dass eine Prise Humor drin ist. Und diese muss erkannt werden, dann aber von demjenigen, an dem die Ironie adressiert ist. Wenn diese Ironie nicht erkannt wird, kann das fatale Folgen haben. Und ich freue mich, dass du die Prise Humor erwähnst, denn das ist die Richtung, in die ich möchte. Und zwar hast du gerade eben schon gesagt, du hast ein Vorwort von Dominik Graf, dass du den Mann sehr schätzt. Das weiß ich auch seit unserem Gespräch damals, da haben wir lange über die Katze gesprochen. Und seinem Vorwort lese ich jetzt mal eine kurze Stelle vor. Und zwar, der fast durchgehende Verzicht auf den wohlfeilen Ironie oder Lachsackfaktor der Kulturjournalie oder anderer Laberblogger tut dem Zuschauer, dem Zuhörer Schmitz gut. Gut. Jetzt stürze ich mich wie ein Habicht auf diese Formulierung, fast durchgehender Verzicht. Das bedeutet für mich, dass es keine 100 Prozent sind. Und deswegen würdest du sagen, dass dein Werk komplett ironiebefreit ist? Nein, überhaupt nicht. Ich bin auch ein Mensch, der immer wieder auf Ironie zurückgreift. Ich habe nur etwas gegen diese Art von Ansprachen, wie es sie tatsächlich in vielen Formaten, gerade in so Funkformaten oder so etwas gibt, dass man von Anfang an mit so einem ironischen Ton hereingeht. Oder die meisten Theaterregisseure in Deutschland sind nicht mehr in der Lage, Kleist oder Schiller ohne Dauerironie auf die Bühne zu bringen. Dadurch hat die Ironie überhaupt keine Wirkung mehr. Man muss versuchen, mit der Ironie sparsam umzugehen. Nur dann kann sie eine Wirkung haben. Wenn ich einen Vortrag über künstliche Intelligenz halte und sage, man sieht, wie weit schon die digitale Verjüngung mit künstlicher Intelligenz ermöglicht werden kann mit Blick auf den neuen Indiana-Jones-Film mit Harrison Ford und dann hinzufüge, dass mir es auch scheint, als hätte das Drehbuch Chatschipiti an einem Tag verfasst, an dem es Chatschipiti offenbar nicht so gut gegangen ist. Dann ist da eine Prise Ironie und Humor hoffentlich drin. Und das war es aber dann auch wieder. Und das Problem ist aber heute, dass alles in einer Dauerironie da ist und dass wir damit nichts mehr ernst nehmen. Und die Ironie hat erst da eine Funktion und auch vielleicht etwas manchmal Befreiendes oder man distanziert sich zu einer Situation. Das ist ja das, was Rorti da auch meint. Dann, wenn man nicht alles verlacht, sondern wenn man ganz vieles ernst nimmt. Und mir ist der Film und ist auch die Qualität von Filmen ein ernstes Anliegen. Und hin und wieder aber bietet sich eine Pointe an. Und die greife ich dann auch gerne auf, ohne jetzt aber da krampfhaft nachzusuchen. Ich hatte mir jetzt extra so ein paar Punkte aufgeschrieben oder Sachen, wo ich auf deinem Kanal wirklich mal gelacht habe. Zum Beispiel dein Video zu die Hochzeit, wo du so einen typischen Til Schweiger Zuschauer repräsentierst. Das Video zu Chiller of Duty, wo du quasi vor Begeisterung übersprudelst. Das Justice League Video, wo du vier Minuten lang einfach nur schweigst. Oder aus einem Video, ich weiß nicht mehr zu welchem Film, aber da sagtest du einen Satz. Der Zuschauer spürt hier die gleiche Isolation wie jemand, der ohne sein Smartphone unterwegs ist. Sind es Stilmittel, mit denen du Teil deiner Kritik vermitteln willst? Oder magst du es auch, den Zuschauer zum Schmunzeln zu bringen? Ich möchte auch unterhalten. Das ist nicht das primäre Anliegen. Aber man muss schon, wenn man Filmkritiken verfasst, ob jetzt mündlich oder schriftlich, das Ansinnen haben, das Publikum nicht zu langweilen. Jetzt muss man nicht als Spaßkanone unterwegs sein, denn niemand liest eine Filmkritik, um ein Gag-Feuerwerk zu erleben. Aber der Humor ist ja so ein kleiner Aussetzer, auch in unserem Alltag. Und das heißt, der Geist wird da noch mal besonders stimuliert kurz und blickt dann noch auf alles Folgende wiederum anders drauf. Man darf die Gag-Dichte nicht so hoch machen, weil dann ist man nur noch auf Gags konzentriert. Dann ist man irgendwann in einer Comedy-Show. Aber wenn man die ein oder andere Pointe setzen kann, dann glaube ich, ist das sehr sinnvoll, weil auch die Ironie oder der Humor generell kann ja etwas entbergen, was sonst so mühsam hätte beschrieben werden müssen. Ich kann natürlich jetzt darüber schreiben, wie das mit Tom Cruise auf der Leinwand ist und wie er aussieht und, und, und. Ich kann aber auch einfach einen Satz sagen wie, und so ist es, wir alle sind älter geworden, außer Tom Cruise. Wir sehen ihn jetzt in dem neuen Mission Impossible-Film. Und dann ist da eine Prise Humor drin. Jeder hat eine gewisse Vorstellung davon, wie Tom Cruise also wieder erscheinen wird. Man muss das sich näher ausformulieren. Das heißt, der Humor ermöglicht einem auch eine Verkürzung, die aber nicht im Sinne eines verkürzten Inhalts ist, sondern eine Verdichtung. Dann habe ich jetzt quasi Filmanalysen von dir, die ich vorher geschaut habe, in Buchform. Und jetzt würde ich mit dir gerne kurz über diesen, ich nenne es mal Medientransfer reden. Ja. Und zwar, ich kann mir auf YouTube deine Videos anschauen, gegebenenfalls auch wie einen Ein-Mann-Podcast hören. Jetzt könnte ich selber eine solche Analyse quasi eins zu eins aufsprechen. Der Inhalt bliebe gleich, es wäre aber nicht dasselbe. Wie relevant bist du, wenn es darum geht, diese Gedanken zu vermitteln, also in Person kontra dem Geschriebenen? Wenn man darüber nachdenkt, warum sieht man sich eigentlich etwas an, dann steht man sehr schnell vor einigen Rätseln. Denn vieles, was wir beispielsweise im Fernsehen sehen, kann ja ohne weiteres als Podcast ausgespielt werden und wird ja auch mitunter immer mehr als Podcast ausgespielt. Fast alle Talkshows kann man als Podcast als reinen erleben. Was aber glaube ich nur dann auch gut funktioniert, wenn man schon die Protagonisten kennt und dann braucht man nicht immer vielleicht das Gesicht dazu. Aber irgendetwas wird also doch noch übertragen, obwohl das ja ganz minimalistisch bei mir angelegt ist, über die reine inhaltliche Komponente hinaus. Denn sonst hätte ich ja auch nur Texte schreiben können. Das heißt, die, sagen wir es, Neudeutsch Performance spielt schon eine Rolle und man kann durch Betonungen auch eine gewisse Dringlichkeit herausstellen, was im Text mit Worten auch machbar ist. Aber vielleicht kann man zumindest gerade auch der Ironie nochmal einen anderen Ton gehen. Also schriftlich Ironie ist zum Beispiel eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit, wird sie verstanden. Journalisten haben da immer große Angst vor. Das versteht der Leser nicht. Das ist dann der häufigste Satz, der gesagt wird. Und jetzt haben wir eigentlich mit dem Buch die Sache, dass man sich relativ lösen kann von mir als Figur, die man ja da sieht und kann sich also auf die Worte und die Argumente konzentrieren. Und damit würde ich sagen, löse ich nochmal stärker diese Kritik, die ich da äußere und die Theorien, Thesen, die ich aufstelle von meiner Person, wenngleich auch im Stil, wie es gesagt ist und dann im Buch geschrieben steht, natürlich meine Persönlichkeit mit drin liegt. Dann möchte ich auf eine ganz bestimmte Stelle aus dem Interview raus. Da sagst du, wenn du die Wahl hättest, ein Leben lang nur noch Film oder nur noch Literatur zu konsumieren, du würdest dich auf jeden Fall für die Literatur entscheiden. Kannst du erläutern, woher diese Prioritätensetzung so für dich kommt? Die Literatur war für mich immer das, wo ich mich am meisten mit zurückziehen konnte. Und durch diese starke Subjektivität, die in der Literatur liegt, also auch ein Autor ist natürlich verschiedenen Einflüssen ausgesetzt, aber er ist doch am Ende der alleinige Produzent dieser Literatur. Diese Begegnung mit einem anderen Subjekt, das dann ganz viele fiktionale Subjekte produziert. Das ist etwas, klingt jetzt sehr abstrakt, was mich so sehr fasziniert, dass ich es am allerwenigsten missen möchte, während der Film mitunter ja Subjektivität einbüßt. Das liegt daran, dass das Werk nicht aus einer Hand ist, sondern viele Hände produzieren einen Film. Ich glaube, dass ich länger lesen kann, als ich Filme sehen kann. Ich war sicherlich, und das sind jetzt sehr, sehr subjektive Antworten hier, ich war auch auf Filmfestivals und kenne das, wenn man vier oder fünf Filme dann an einem Tag sieht. Ich könnte mir allerdings jetzt nicht ein Leben auf Dauer vorstellen, an dem ich mir vier Filme am Tag ansehe. Also ich finde, ein Film am Tag ist ganz gut, vielleicht auch mal ein zweiter, aber das wäre so das Pensum, während ich mir ohne weiteres vorstellen kann, jeden Tag sechs, sieben, acht Stunden zu lesen. Das ist für mich eigentlich das, wo ich hin will. Also ich, wenn, wenn, es ist vielleicht auch so, klar, ich klammer ganz viele Regionen der Welt, in denen auch Filme produziert werden, jetzt aus, aber wenn man den, ich sage es einmal so, den westlichen Kanon sehen will, das schafft man schon in einem Leben. Das bekommt man hin. Wenn man die bedeutende Literatur der vergangenen Jahrhunderte und der Gegenwart lesen will, dann merkt man, dass die Zeit zu kurz ist. Und das frustriert mich sehr. Deswegen würde ich dann auf dieser einsamen Insel versuchen, möglichst viel noch zu lesen. Dann kommen wir mal vom Lesen zum Schreiben. Über den Akt des Schreibens würde ich gerne etwas fragen. Und zwar, es gibt auf YouTube eine Doku mit dir. Da sitzt du mit einer Kamera in der Hand und sagst, das Ding ist mir ein Rätsel. Ich weiß nicht, wie man damit diese wundervollen Bilder erzeugen kann. In dem Interview vorne in deinem Buch sagst du auch auf die Frage, wie du Filmkritiker geworden bist. Du bist jetzt kein gescheiterter Regisseur, der dann halt entschieden hat, Kritiker zu werden. Was ich sagen möchte ist, du nimmst Filme wahr und kommentierst Filme als jemand, der nie in diesem Prozess, in diesem Metier tätig gewesen ist. Bei Literatur ist es nun anders, da du schon selber Bücher verfasst hast und auch weitere Bücher in Planung haben dürftest. Hat sich deine Wahrnehmung oder vielleicht sogar deine Wertschätzung und deine Kritik bei Literatur verändert dadurch, dass du selber schreibst? Nein, weil ich keine Literatur schreibe. Also das Schreiben von Literatur ist dann noch einmal sehr anders, weil da tatsächlich dieses leere Blatt Papier da ist und man denkt sich etwas aus, nur etwas aus, während man als Kritiker oder dann auch als Literaturwissenschaftler sich immer auf etwas schon Vorhandenes bezieht oder Theorien weiterdenkt. Selbst wenn man Essayistisch schreibt, würde ich sagen, man zitiert ja doch und versucht sich an Gedanken so vorzuhören. Ich glaube, man steht noch mal da auf einem anderen Fundament, während man so ziemlich in der Schwebe ist, wenn man Fiktion schreibt. Aber selbst wenn ich jetzt Fiktion schreiben würde, würde nicht die Wertschätzung in dem Sinne größer sein. Also erst einmal bewundere ich jeden, der sich konzentrieren kann und was schreiben kann. Das ist eine sehr anstrengende Arbeit. Manchen mag die leichter fallen, anderen schwerer. Ich finde, dass Schreiben auch fast ein körperlicher Kraftakt ist. Und ich muss mich auch zum Schreiben zwingen. Mir gelingt das einigermaßen gut, aber es ist so, dass ich mich dazu zwingen muss. Andere gibt es, die müssen schreiben, weil sie sonst gar nicht leben und atmen können. Solche Schriftstellerexistenzen gibt es. So jemand bin ich nicht. Das heißt, das ist sehr unterschiedlich aufzufassen. Und die Tatsache, dass ich mich mit Filmen zwar auskenne, aber jetzt nicht weiß, wenn man mir eine Kamera an die Hand gibt, was damit zu tun ist, finde ich in dem Sinne nicht problematisch, da wir in einer sehr stark arbeitsteiligen Welt leben. Und ganz viele Dinge, die wir täglich machen, verstehen wir nicht und sind trotzdem ganz gut darin. Also ich würde auch behaupten, dass ich ein ganz guter Autofahrer bin. Aber ich weiß nicht, ob mein Auto Zündkerzen oder so noch hat. Weiß ich gar nicht, wie das ist oder so. Ich glaube jedoch, dass man schon ein bisschen von der technischen Seite im Abstrakten etwas verstehen muss. Also welche Kameraeinstellungen gibt es? Was könnte man machen? Oder auch wenn dort irgendetwas versucht wird, irgendetwas Neues probiert wird mit Steadicam oder so, dann interessiert mich schon, wie das gemacht ist. Also das, ich will es nur selbst nicht umsetzen. Ich bin kein besonders praktischer Mensch. Es würde eher ein Desaster geben. Aber das Wie interessiert mich schon. Es interessiert ja, auch wenn man sich mit Hitchcock beschäftigt, wie ist das denn in einem Studio realisiert worden? Das finde ich schon eine wichtige Frage. Da bekommt man auch ein anderes Verständnis für Film, ohne dass man jetzt selbst sich probiert. Aber ich würde auch nicht davon abraten wollen. Also wenn man Filmkritiker werden will und hat aber trotzdem auch Lust, Filme selbst ein bisschen zu machen und zu drehen, sollte man das auf jeden Fall tun. Also dümmer wird man davon keineswegs. Die nächste Frage, die ich vorbereitet habe, die hast du mir jetzt mehr oder weniger schon beantwortet. Ich sage es aber trotzdem nochmal. Das ist, wie du den reinen Akt des Schreibens erlebst. Macht das Spaß? Ist das schwere Arbeit? Mitunter eine Qual. Ich dachte, da war jetzt zum Beispiel an den Kollegen Alper, der das mal erzählte, wie er eine Filmkritik aufbaut. Sprich, Film schauen, Gedanken machen, Skript schreiben aufnehmen und den Akt des Schreibens. Das war für ihn irgendwie der glücklichste Part dabei oder der schönste. Und einfach eben die Frage an dich, wie empfindest du das Schreiben? Ja, ich trickse mich ja bei der Filmanalyse aus, indem ich ja keinen Text schreibe. Ich schreibe ja nur Notizen nieder und die werden dann zu einem vollständigen Text, indem ich die Notizen vor mir habe und dann entsprechend komme. Damit habe ich den Prozess des Schreibens übersprungen und schreibe, indem ich formuliere. Das ist mir sehr angenehm. Wenn ich aber Text schreibe, was ja auch vorkommt, dann nicht so häufig über Filme, aber auch über andere Themen oder dann auch jetzt an einem neuen Buchprojekt sitze ich, da muss mich überreden und dann bin ich aber auch sehr konzentriert, wenn ich es mache, bin auch relativ schnell. Also ich kann ziemlich schnell schreiben. Also nicht nur schnell tippen, sondern auch relativ schnell schreiben. Also wenn mir jetzt jemand sagt, ich soll, weiß ich nicht, 200 Zeilen in der Zeitung schreiben, dann und der Text müsste aber in 80 Minuten abgegeben werden, dann hätte ich da jetzt kein Problem mit. Im Gegenteil, ich würde eher sagen, dass ich unter Deadlines sehr gut schreiben kann. Ich brauche eigentlich Deadlines und die habe ich mir selbst gesetzt mit der Filmanalyse. Die muss halt dann und dann gedreht werden und da kann ich nicht sagen, ich mache es irgendwann später. Du entsprichst einem alten Filmzitat. Das ist bei The Rock von 1995, Nicolas Cage, der immer wieder sagt, ich arbeite am besten unter Druck. Ja, also ich glaube, wenn man, also man arbeitet eigentlich das ganze Leben unter Druck, weil man ja um die Endlichkeit weiß. Stell dir vor, man würde unendlich leben, da würde man sagen, dann machen wir es doch eher morgen erst. Aber ich glaube, dass eine Deadline einem sehr helfen kann. Ich bin aber nicht jemand, der das nur immer hinaus zögert auf die Deadline. Also ich habe ja einfach verschiedene Deadlines dadurch, dass ich verschiedene Formate habe und dann mache ich mal das, mal das. Also heute beispielsweise habe ich den Tag über ein, habe ich wohl schon für alle Literatur vorbereitet, also das Buch, das wir als nächstes besprechen, gelesen. Und heute Abend gehe ich dann, weil das noch getan werden muss in den neuen Expendables-Filmen. Und ja, dann habe ich jetzt schon was vorbereitet für eine Deadline, die in der nächsten Woche ansteht, wenn wir dann diese Wohlstand für alle Folge aufnehmen. Du hast in dem Buch geschrieben, dass du wenige Regisseure und Schauspieler persönlich kennst und wenn dem so ist, vermeidest du es zu besprechen, was die machen, vor allem wenn es eher schlecht ausfällt. Ohne jetzt Namen zu nennen, aber ist es schon mal zu einer extremen Einschränkung gekommen, dass du irgendwas am liebsten besprechen würdest und es dann eben wegen persönlichen Bezug nicht konntest? Nee, aber es ist schon vorgekommen, dass ich was nicht besprochen habe, weil das nicht gut war. Und dann habe ich auch über den Film den Mantel des Schweigens gelegt. Das war aber auch nicht ein Film, den man hätte besprechen müssen, das wäre vielleicht dann ein Tweet geworden oder irgendwo hätte ich mich dazu geäußert und dann habe ich das unter den Tisch fallen lassen. Aber ich kenne in der Regel keine Regisseure, die die ganz großen Filmstarts haben. Das ist eher so im Arthouse-Bereich, wo ich ein paar Leute kenne, aber da sind wirklich meine Kontakte sehr, sehr lose. Und ich habe auch keine Ambition, besser vernetzt zu sein mit der Filmbranche. Das hat mich einfach nie interessiert. Also mich hat der Film interessiert, aber nicht so sehr die Welt des Films. Also diese roten Teppich-Veranstaltungen sind mir eher fremd. Ich finde sie ehrlich gesagt auch in Deutschland immer so ein bisschen ärmlich. Ja, ich weiß nicht, wie das wäre in Los Angeles. Vielleicht kommt es einem dann auch irgendwann ärmlich vor. Aber ich sehe eigentlich bei diesen Veranstaltungen, die es gibt, halt diese fünf Pappaufsteller, die die Produktionsfirma angeschleppt hat. Ich sehe zwei aufgekratzte Moderatoren und dann viele arbeitslose Soapstars, die mal gratis ins Kino abends wollen. Oder jetzt neu dazugekommen sind ja alle möglichen Only-Fans-Creators. Also die bevölkern eigentlich jetzt diese roten Teppich-Events. Und schön, dass die auch mal an die frische Luft kommen. Die im Buch angegebenen Analysen sind nach thematischen Oberbegriffen sortiert. Die Qualität der Filme, wenn ich das richtig sehe, ist nicht ganz so wichtig. Mal abgesehen jetzt vielleicht vom Oberthema die alten Meisterwerke. Da würde ich jetzt keine schlechten. Nee, es ging ja um mein Best of der Analysen. Also wir haben uns an der Qualität der Analysen orientiert. Genau. Aber gibt es Optionen für Oberthemen, wie man auch noch etwas hätte fassen können, die dann entfallen sind oder nicht angewendet wurden? Nee, es war erstmal die Auswahl, welche Analysen sind. So, dass wir sagen, die sollte man nochmal in dem Buch besondert festhalten. Da ist über die Werke, die ich bespreche, auch nicht die Zeit so stark hinweggefegt. Denn manchmal gefallen mir Analysen gut, aber das sind dann Filme, die einfach nicht mehr im Gespräch sind. Ich meine jetzt gar nicht irgendwie tolle Filme, die vergessen sind, sondern einfach Filme, die so durchgerauscht sind. Irgendeine romantische Komödie, die für mich analytisch wahnsinnig interessant war, aber die dann vielleicht nicht so viel dann mehr hergegeben hat. Und hier war es schon, dass man erstmal geschaut hat, welche Analysen sind gut. Und dann war klar, dass die Klassiker, die ich analysiert habe, in dem Buch auf jeden Fall vorkommen müssen. Da die sich ja dann schon als Klassiker bewährt haben. Und da war es also ganz einfach, die Auswahl zu treffen. Dann kommen wir nochmal zum Thema Vergessen. Du legst deine Gedanken in der Filmanalyse ja auch da, hast du mal gesagt, um sie aus dem Kopf zu bekommen. Ich kenne den Effekt. Also ich kann mir alte Videos von mir angucken und weiß selber nicht, was ich gleich sagen werde. Du schreibst, dass du grundsätzlich zu all deinen Analysen stehst, aber bei manchen Filmen aus späterem Zeitpunkt noch eine weitere Sicht vielleicht dazu kommt. Gibt es Analysen, die du entweder komplett umstellen wollen würdest oder die du vielleicht sogar komplett vergessen hast? Ja, komplett vergessen glaube ich nicht. Ich denke, das ist eher so, dass ich bei manchen Filmen, also man sieht die ja zu einer gewissen Zeit und sieht die ja auch im Hinblick auf etwas beziehungsweise mit einer gewissen Brille. Und man kann aber ja Literatur oder auch Filme von verschiedenen Seiten betrachten. Und das ist ja zum Beispiel jetzt so, bei Wohlstand für alle besprechen wir einmal im Monat ein Buch, einen fiktionalen Text und diesen unter ökonomischen Schwerpunkt, weil das nun mal ein Wirtschaftspodcast ist. Das führt dazu, dass ich dort die Wiederbegegnung mitunter mit Romanen habe, die ich mal unter einem anderen Gesichtspunkt gelesen habe. Und nun blicke ich also mit der Wirtschaftsbrille darauf. Das heißt, ich könnte natürlich jetzt hingehen und mir Filme, die ich zum Beispiel politologisch oder ökonomisch analysiert habe, neu vornehmen und diese dann unter einem anderen Gesichtspunkt betrachten. Also man kann ja auch mal ganz sich auf die Schauspieler konzentrieren und sagen, welche Subjektivität wird eigentlich gespielt in American Psycho. Und ich rede jetzt gar nicht diese Story mit reinbeziehen, sondern nur die Schauspieler. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen dem, was Patrick Bateman uns spielt und was die anderen spielen? Gibt es Differenzen zwischen den Männern und den Frauen? Gibt es eine Differenz zwischen dieser Upper Class, die im Finanzsektor tätig ist und denen dort in der Wäscherei und dem Obdachlosen? Ist das auch eine andere Art des Spiels? Drückt sich dort etwas aus, was dann aber wieder über das ganze Werk etwas sagt, nämlich darüber ja, dass am Anfang schon Patrick Bateman sagt, da ist eigentlich nichts, da ist kein Real Me. Und unter diesem Gesichtspunkt kann ich mir das definitiv ansehen und dann sicherlich auch eine neue Analyse machen. Nun gibt es jetzt sehr viele Filme, die ich noch nicht analysiert habe, auch Klassiker und sehr viele aktuelle. So hat sich das noch nicht angeboten, aber ich bin mir sicher, dass das irgendwann mal kommen wird, dass ich, wenn ich einen Einfall habe, es geht mir jetzt ja nicht um zwanghaft darum, jetzt die Kostüme in Titanic kann ich auch analysieren, aber das fände ich jetzt nicht so aufregend, aber wenn ich jetzt irgendeinen Einfall hätte, dass ich sage, ja, das ist eigentlich ein Film darüber auch, dann bietet sich eine neue Analyse an. Oder lasst mich ein Beispiel geben, wenn wir Fenster zum Hof betrachten von Hitchcock, dann kann man ja da ganz klar heute eine Analogie auch zum Internet ziehen. Also wir öffnen Fenster, da gucken überall so rein. Das heißt, diese Analyse kann ich ja jetzt erst machen, weil es jetzt das Internet gibt. In den 50er Jahren wäre das nicht denkbar gewesen. Das heißt also, auch Filme, die jetzt aktuell sind, die können mir wieder etwas, die jetzt aktuell rauskommen, können mir vielleicht in 30 Jahren wieder eine Antwort auf etwas geben, weil dann etwas sich verändert hat. Das ist ja aktuell auch schon geschehen. Ich glaube, dass ich den Film auch nochmal anders betrachtet hätte, anders analysiert hätte, wir hätten ihn wahrscheinlich alle anders wahrgenommen, wenn im Westen nichts Neues, diese Neuverfilmung vor dem Krieg in der Ukraine weit vorher erschienen wäre. Jetzt aber mittendrin und wir haben zugleich Mark Milley vom US-Militär, der sagt, ja, das ist eigentlich schon so ähnlich wie im Ersten Weltkrieg, die stehen sich gegenüber, da ist ein Frontverlauf, die Front ist aber verhärtet, es sterben immer mehr und mehr Menschen, aber eigentlich geht es da in keiner Weise mehr voran und das betont dann auch ähnlich Oberst Reisner in Österreich und dann sieht man diesen Film und dann ist der Blick dadurch ein anderer. Und deshalb ist also die Filmanalyse zwar so, wie ich sie mache, absolut so, dass ich dahinter stehe, auch noch nach Jahren, vielleicht irgendeine kleine Formulierung sagt man, gut, das war ein bisschen drüber, weiß ich nicht, aber in der Regel stehe ich da zu allem. Und trotzdem würde ich sagen, ja, das ist ja nicht damit absolut auserzählt, sondern das kann auch der Anlass sein, einen weiteren Blick darauf einzunehmen. So, eine letzte Frage, die nicht ganz ernst gemeint ist, aber ich finde es einfach mal interessant zu fragen. Existierend von deinem Kanal irgendwo, oder existiert ein Giftschrank mit Outtakes, wo du auch mal wirklich herzlich lachst, wenn dir irgendwas schief geht? Nein, es werden meines Wissens keine Outtakes angefertigt, es sei denn, ich werde belogen hier die ganze Zeit und es gibt ein großer Schief, nein, ich glaube, es gibt keine Outtakes. Es gibt tatsächlich auch nicht viele Outtakes. Also, es könnte nicht viele geben, so muss ich es formulieren, denn meistens ist es so, dass ich es in einem durchmache, also alle vier Teile, die eine Regel, eine Analyse hat. Ja, manchmal setze ich noch mal neu an, oder manchmal hat man es durchgesprochen und dann denkt man aber, es ist vielleicht noch nicht so ganz klar herausgestellt worden und dann wiederhole ich das, aber es ist relativ unspektakulär. Wenn du da gerade ein Video aufnimmst, wie viele Leute sind dann im Raum? Bist du mit zwei, drei Mann da in einem Raum? Ein, ein Kameramann. Das reicht ja auch. Also, da bin ich ja schon, das ist ja schon eine Großproduktion für YouTube-Verhältnisse, wo man einfach nur die Webcam anmacht und loslegen kann. Ja. Gut, das ist alles, was ich mir soweit aufgeschrieben habe. Das bedeutet, das geht jetzt so an den Zuschauer weiter. Was wir hier so besprochen haben. Habt ihr eigene Gedanken, Fragen, Kommentare, was auch immer es ist, schreibt es in die Kommentare unter dieses Video. Über Amazon habt ihr die Möglichkeit, dieses Buch zu bestellen und ich empfehle es sehr. Dir, lieber Wolfgang, danke ich dir für die Zeit und für die wunderbaren Antworten. Schön, dass du noch mal hier warst. Ich danke dir ganz herzlich und hoffentlich bis bald. Joach, das hängt davon ab, wie schnell du schreibst. Na, dann alles Liebe und bis dann. Tschau. Bis zum nächsten Mal.